Ja, Hallöchen. Heinz, Heinz, Heinz. Sind Sie unterwegs? Ja, ein Hallo in die Runde. Heinz unterwegs, diesmal hier in der Kunstgalerie bei Cargwells. Aber das hat seinen Grund. Ich habe eine Einladung gekriegt von Konstantin. Konstantin, servus, ich grüße dich. Hallo, grüß dich, Heinz. Sag mal, was habt ihr 2019 vor? 2019 veranstaltet der Leinz-Club GERA mit seinem Förderverein das erste Mal den Leinz-Kunstpreis GERA. Hier sprechen wir junge Künstler an zwischen 14 und 25, denen wollen wir eine Plattform bieten. Die können sich bei uns bewerben. Entsprechend drei Preise werden ausgelobt und wir möchten hier eine Motivation der jungen Menschen, der jungen Talente schaffen. Und ja, ich denke, das soll eine gute Veranstaltung werden. Sag mal, um was geht es? Um Malerei, um Fotos oder um was geht es? Nein, es geht im ersten Jahr. Es wird ein langfristiges Projekt werden. Es geht im ersten Jahr um das Thema Malerei und hier eben konkret junge Talente, die wir hier ansprechen, auch ohne Themenvorgabe, sondern sehr breit gefächert, fordern wir auf, sich bei uns zu bewerben. Wie viele Bilder müssen Sie malen? Bis zu drei Bilder können Sie einreichen. Wir werden über die Online-Plattform www.leinz-kunstpreis.de hochgeladen. Und wir haben eine sehr kompetente Jury bei uns auch an Bord und die wählen dann die ersten Preisträger schon aus. Schon im Oktober geht es los. Können Sie dann den Bildern? Können riesengroß sein. Wie groß darf es denn sein? Wir mussten es aufgrund der Räumlichkeiten etwas beschränken. Also ein Meter mal ein Meter ist die Größe, die wir als Maximum angegeben haben. Jetzt schleppen aber die jungen Künstler nicht die Bilder zu euch, sondern einfach abfotografieren und zu euch schicken oder wie ist das gedacht? Genau. Erster Schritt heißt im Bewerbungsverfahren erst mal fotografieren, entsprechend hochladen bei uns auf der Plattform, beschreiben. Kurz natürlich, wir wollen den Künstler verstehen, was hat er gemalt, welche Beweggründe und was für Materialien verwendet er. Und dann geht es weiter. Im Anschluss muss er sie natürlich dann auch im Original an uns einschicken. Jetzt hat er bei euch die Originale eingeschickt. Ihr sagt, oh, die zwei Bilder sind toll. Wo werden sie ausgestellt und was passiert vor allen Dingen mit diesen Bildern dann? Wir haben mit der Galerie Kragwell, mit dem Peter Kragwell einen tollen Unterstützer gefunden und werden im Februar 2019 hier eine Vernissage veranstalten und zwar das Besondere mit Auktion. Das heißt, die Bilder, die wir auswählen, von dem Künstler werden versteigert und zugunsten der Kunstszene Gera versteigert. Derjenige, der gewinnt, bekommt aber trotzdem noch was, ne? Aber selbstverständlich. Wir haben Preise ausgelobt, vier Preise, 1.500 Euro, 1.000 Euro, 500 Euro und noch einen sogenannten Publikumspreis. Hier wird über Facebook abgestimmt. Wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, den jungen Menschen sich zu beteiligen. Auch hier gibt es 500 Euro zu gewinnen. Also auch die modernen Medien kommen jetzt in diese alte Kunst, in die Malerei mit rein. Ich denke mal, der Aufruf geht an ganz viele Schulen. Kann ich mich auch als Einzeljugendlicher melden? Er muss aber in Gera wollen, oder? Wie ist das? Genau. Also Zielgebiet ist, wir sind, der Lions Club Gera ist für Gera da und engagiert sich in Gera. Deshalb hier haben wir Gera plus 20 Kilometer Umkreis definiert. Das heißt, hier muss der Wohnort liegen. Und wir rufen auf, natürlich die Schulen, die Kunstvereine. Wir gehen direkt an Künstler, sind mit Galerien im Gespräch. Und bewerben kann sich auch nur jeder Künstler selber. Also wir nehmen keine Kunstklasse, sondern wir suchen junge einzelne Menschen, die wir entdecken vielleicht, denen wir Motivation bieten und die wir auffordern, in diesem Netzwerk auch der Kunst sich was zuzutrauen. Gibt es irgendwie Öl oder Zeichnungen? Gibt es überhaupt keine Bekannung? Bild muss es sein. Genau. Also Malerei im weitesten Sinn. Es gibt keine Einschränkung zum Material oder zu den Materialien, die verwendet werden und auch nicht zu den Themen. Was macht ihr, wenn ihr hier tausend Bilder kriegt? Ja, also wir freuen uns drauf. Also wir haben eine fachkundige Jury, breit vertreten neben entsprechenden Kunstkennern, Kunstexperten, aber auch die Wirtschaft und Vertreter der Gesellschaft dabei. Und ich denke, wir werden auch mit, sollten es 1.000 werden, werden wir auch mit, werden wir hier entsprechend auch eine Auswahl treffen können. Also wir freuen uns drauf. Wir hoffen auf eine breite Beteiligung auch der Gesellschaft und der jungen Menschen, weil wir hier tatsächlich etwas Neues schaffen wollen. Konstantin, ich danke dir erstmal. Ich suche jetzt mal einen Peter, der ist bestimmt hier irgendwo in seiner Galerie, denn der sitzt mit in der Jury, ne? Ganz genau, ganz genau. Unter anderem? Unter anderem. Also wir haben in der Jury sitzt, neben dem Peter Kragwill, unser Oberbürgermeister der Stadt Gera, der Julian von Narb. Es sitzt mit in der Jury die Julia Wendel, die die Auktion und auch aus dem Auktionshaus in Rudolstadt Wendel hier vertreten ist, also eine Kunstkennerin. Es sitzen unsere beiden Sponsoren mit dabei, einen aus dem Bereich der Firma Lento, die Familie Felsch und auch aus der Sparkasse haben wir hier den Herrn Morbach in der Jury mitsitzen und natürlich auch unsere Kunstredakteurin aus der Ostthüringer Zeitung. Also du siehst, wir sind breit aufgestellt und nicht nur die Experten, sondern auch, und da würde ich mich dazu zählen, sicherlich jemand, der eher für die Bevölkerung Kunst ist im Sinne des Betrachters, kann ich nach Geschmack entscheiden und ich denke, das ist eine Chance für die jungen Leute. Ich habe jetzt trotzdem nochmal zwei Fragen. Wird nur hier bei Kragwels ausgestellt oder auch noch woanders? Nein, das Besondere ist, wir bieten eine Plattform zuerst hier bei Kragwels, in der Galerie Kragwels und die Ausstellung wandert im Anschluss weiter in die Sparkasse Gera-Greiz, hier in die Hauptfiliale in Gera und auch hier geht dann im Anschluss ab Mitte April die Ausstellung weiter, nochmal bis Ende August, sodass, ich sage mal, die Klassen, die Interessierten, die Kunstlehrer in den Schulen auch die Möglichkeit bekommen sollen, mit ihren Schülern diese Kunstwerke sehr breit gefächert in dieser Alterskategorie zu betrachten und damit schlussendlich den jungen Leuten eine Motivation auch zu bieten und zu sagen, Mensch, ich gehe mal in Kunst nicht nur mit professionellen Künstlern, gerade nicht in Kontakt, sondern auch mit jungen Menschen, mit Gleichgesinnten, die einfach sich auch was trauen zu zeigen. Sag mal, und wenn ich jetzt mit Pinsel und Farbe auf Kriegsfuß stehe, aber ich bin ein Top-Fotograf, gibt es irgend sowas mal, dann ist das sowas geplant? Dann lade ich dich ein, also du bist ein guter Filmemacher und vielleicht auch ein guter Top-Fotograf, das kann ich nicht beurteilen, aber es wird, der Lions Kunstpreis ist eine wiederkehrende Veranstaltung in den nächsten Jahren, Wir werden die Themen jedes Jahr neu definieren, das heißt, das kann sein Fotografie, es kann sein im Folgejahr die Plastiken, Skulpturen, das werden wir im Laufe des Jahres entscheiden, sodass jeder Kunst, jede Kunstart hier ihre Chance und auch ihre Plattform bekommt. Und natürlich auch die Alterskategorie wird sich verändern, je nach Kunstart. Jetzt starten wir mit jungen Menschen, das liegt mir am Herzen und wir hoffen auf eine große Beteiligung. Alles klar, alle Fragen beantworte ich, danke dir und wünsche euch ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Na ja, ja, hallo Peter, ich grüße dich. Zu meiner Schande, ich bin das erste Mal bei dir hier in der Galerie, zu meiner echten Schande. Aber Peter, eine andere Frage, warum machst du mit? Du bist ja jetzt in der Jury für diesen neuen Kunstpreis 2009 von Lions Club. Weil ich Kunst und Kultur begeistert bin und von dem Anliegen, welches der Lions Club Gera hier vorhat, von Anfang an begeistert wurde und sage, okay, wenn meine Mitarbeit gewünscht ist, dann bin ich dabei und versuche das mit erfolgreich zu gestalten. Ich weiß, du machst ganz viel für Kunst, hast du ja was übrig, es gibt ja die Konzertreihe in Gera. Ich bin nun das erste Mal hier in deiner Galerie, aber wie bist du dazu gekommen? Also Carpe kenne ich für Orthesen, für Rollstühle, für ältere Leute, wenn sie nicht mehr richtig gehen können, hat ein Mercedes, aber jetzt hier, dass ich war völlig entsetzt oder völlig überrascht, so eine Riesenausstellung hier zu sehen. Ja, Riesenausstellung. Dieses Gebäude, 2009 geplant, 2011 verwirklicht, war von mir von vornherein so konzipiert, dass ich die Möglichkeit habe, Ausstellungen zu veranstalten. Und entsprechend ist der erste Stock dieses Gebäudes, dieser insgesamt 2400 Quadratmeter betriebischer Nutzfläche gestaltet worden. Ja, um dann, wie ich es dann auch eingehalten habe, ab 2012 regelmäßig Veranstaltungen, sprich Ausstellungen zu organisieren, um das, was ich selbst gesammelt habe, beziehungsweise Künstlern ein Podium zu geben, sich hier zu präsentieren. Peter, jetzt kommt dieses neue, der Lines-Club, diese Bilder werden jetzt hier ausgestellt. Wie sieht das jetzt aus, wenn jetzt jemand kommen möchte und sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Bild eingereicht, das hat gewonnen, das hängt jetzt in der Galerie, zu den Klassenkameraden, wir können mal hierher. Geht das denn überhaupt? Können Klassen hierher kommen, in dem Rahmen von dem Wandertag oder in dem Rahmen vom Kunstunterricht? Geht das überhaupt? Ja, das geht schon seit 2012. Uns haben wir gedacht, und das war auch von Anfang an unser Konzept, dass wir während den betrieblichen Öffnungszeiten, also hier regelmäßig zwischen Montag und Freitag, zwischen 8 und 18 Uhr, jeden Besucher hier die Tür öffnen. Und er hat die Möglichkeit, mitunter mit einer speziellen Führung oder aber mit Eltern oder im Klassenverbund, im Zeichenzirkel, egal. Jedenfalls sich hier über das, was wir präsentieren an Kunstwerken zu informieren. Das heißt also, ohne Anmeldung. Da kann hier nach Töppeln kommen und kann sagen, heute gehen wir bei Cargwells, da gucken wir uns heute die Galerie an. Ja, da kommt mit dem Auto, da kommt mit dem Bus, da kommt mit dem Fahrrad, da kommt mit dem Zug, haben wir ja von nah und fern und kann sich hier die Kunst in aller Ruhe betrachten. Ja, das ist ja auch unser Anliegen. Wir wollen ja Kunst populär, ich sag's mal, volksnah präsentieren. Und nicht nur für eine elitäre Schicht, die dann mal zur Vernissage, zur Midissage oder zur Finissage kommt. Nein, für alle, die der Meinung sind, dass sie sich mit Kunst auseinandersetzen wollen, von dem Künstler begeistert sind, die sollen sich informieren. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Ich danke für die Einladung heute hier und mache jetzt nochmal eine Runde durch deine Galerie. Sind das alles deine Werke oder sind das jetzt hier auch welche, die nur hier zur Ausstellung sind? Die laufende Ausstellung, das sind sechs Künstler, drei deutsche Künstler, drei polnische Künstler. In der Vielzahl haben wir das bisher noch nicht gehabt. Es waren meistens ein oder zwei Künstler, die sich präsentiert haben. Die Fläche ist sehr groß genug. Wir haben über 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Also nichts, was ich selber gesammelt habe, beziehungsweise wo ich sage, alles, was hier hängt oder steht, begeistert mich. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Es gut zu finden, es abzulehnen, ja, oder Fan zu werden. Oder Fan, man kann ja drüber streiten. Kunst sollte ja auch zum Streiten da sein. Unbedingt, unbedingt. Und es ist auch ein Spiegelbild unseres Lebens in der Weise, dass es eben zur kulturellen Bereicherung neben Musik, neben der Kultur, der Konzerte, eben auch die Malerei, Skulpturen, Plastiken und dies alles dazugehört. Ja, Freunde, ich sage es einfach, geht selber mal her, schaut einfach nur, was hier alles an den Wänden hängt und was hier vor allen Dingen auch noch steht, an Kunstwerken. Ich mache jetzt meine Runde. Wir sehen uns dann garantiert, wenn die Preisträger feststehen, dann schauen wir hier nochmal rein. Tschüss, macht's gut!